So, willkommen zurück zu The Room 3. Warte mal. Aber ich weiß trotzdem nicht, was gemeint ist. Baum, warte mal. Echt. So, was... Achja, ich liebe diese Rätsel-Scheiße, ey. Ich kann den Hahn am Taucherhelm jetzt offenbar drehen, er steuert wohl den Zeiger des Druckmessers. Ich kann den Geht, ey. Mann, da drauf muss man erst mal kommen, Alter. Meine Güte, Alter. Kupferhahn. Ja, toll. Was soll ich denn jetzt mit dem Kupferhahn? Boah, warte mal. Achso, da kann ich auch nur schrindziehen. Oh Mann. Kann ich das jetzt hier einsetzen? Ja, jetzt höre ich denn da, warum? Der Kupferhahn. Mann, die Steuerung lässt sich auch echt zum Wünschen übrig hier, ey. Verdammt nochmal. Der Kupferhahn scheint zum Taucher, haben sie gehört. Ja, ach. Ich kann aber hier auch nichts machen. So, Helm auf jetzt hier. Warte mal, der war richtig. Ist das jetzt hier offen oder was? Muss man erst abschrauben, anschrauben. Ein Kristallflakon. Ein Kristallflakon. Den kann mich bestimmt auch aufmachen, ne? Ne, kann man nicht, okay. So, dann können wir den ja einsetzen. Auch nicht. Wozu ist denn der jetzt, oder? Leute, denkt mit. Auf der Seite der Kiste, im Steinkreis, wo da befindet sich ein gezeichneter Baum, könnte da, äh, was denn für ein gezeichneter Baum, äh, da check ich nicht. Was für ein Baum. Auf der Seite der Kiste, also in der Mitte ist für mich steht hier oben. Baum, 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 äh, alles klar, okay. So, uh, okay, now. Geil, jetzt kann ich ohne Rätsel mal Raten machen. Mein Gott, Edda. Welche Reihenfolge denn, hallo? Pfff. Pfff. Oh, das kann nicht sein ohne. Und welche Reihenfolge jetzt ist? Super. Rätsel geht weiter. Ich glaube, die neue Gewaltstange auf dem Heuschkopf ist ein Segment unterteilt. Ach, das auch noch, ey. Oh, nee, ey. Mein Gott, Alter, ist doch krank, Alter. Mit diesen Steinen wohnt sich ja in einer Art Ritual etwas zerschmettert. Äh, toll. Kommt der da rein? Okay. Eine leuchtende Edelstein, okay. Wunderbar, dann können wir das doch schon mal da oben einsetzen. So, da möchte ich gern. Dankeschön. Zack, zack. Da wirst der verrückt mit dem Scheiß, ey. Eine leuchtende Lampe. Das wird immer schwerer. Das wird immer schwerer. Ausrasten ist am Start. Okay, jetzt können wir hier drehen. Und vorwärts hoch. Es ist auch schwer, die Scheiße, Alter. So, was müssen wir jetzt hier machen? Kann ich dir da einsetzen? Nee. Ach, den kann ich auch noch drehen. Ah. Ah. Da wusste ich aber. Und was müssen wir jetzt hier machen? Hä? Am Zylinder im Kübisch mitten in der Lampe gibt es eine Nische. Wie kann ich sie erreichen? Ja, da können wir den doch darin setzen, oder nicht? Ich muss die Größe mit der Nische abgleichen, um sie zu erreichen. Ja, ja. Ey, ist doch bescheuert, oder? Mein Gott, Alter. Hä? Hä? Ich verarschen, ihr Horen-Söhne. Ja, geht doch, ey. muss immer zuerst das wort hohen sollen kommen und dann funktioniert ja alles so kapitel abgeschlossen alles klar nicht übel du hast den leuchtturm erklommen sein lichtstrahl kann zwar jene prüfung erhellen die vor dir liegen doch es besteht doch bestehen musst du sie alleine er weiß nicht prolog oder kapitel 1 oder was war das jetzt ein paar informationen wären echt mal gut ok wir sagen machen wir hier stopp und machen auf jeden fall in der nächsten runde weiter also haut rein bis dann so